So Leute, wir machen weiter. Das Leben geht weiter und wir kommen mit so. Ja, verstehen wir das hier? Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Gut, danke, sehr gut. Es geht nicht so gut. Ja, verstehen Sie? Ja. Sehr gut. Dann machen wir die Aufgabe 8. Wir arbeiten auf Seite 73. Seite 73. So, das ist diese Aufgabe hier. Ja, diese Aufgabe hier. So, Bild A. Liest bitte schön Miroslava. Sie sind auf einer Konferenz. Ja. Vorname und Familienname. Ja, Vorname und Familienname. Und dann wir sprechen. Verstehen Sie? Das ist eine offizielle Situation. Man spricht mit Vornamen und mit Familiennamen. Und hier ist der Dialog. Bitte schön. Raissa und Julia, lesen Sie den Dialog. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Frau Reimann. Okay. Und weiter. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut. Auch gut. Gut. Und nun mit Ihrem Namen. Mit Ihrem Namen. Mit Ihrem Namen. Mit Ihrem Namen. Ja. Ja. Na gut. Und Raissa ist подпис worden. Und давайте, Julia, fragen Sie Raissa. Guten Tag, Frau. Eine Minute. Ja. Bitte schön. Guten Tag, Frau Charmenko. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Okay, und jetzt, пожалуйста, Miroslava und Katerina. Guten Tag, Frau Kunnova. Kunnova? Guten Tag, Frau Kunnova. Wie geht es Ihnen? Gikunnova, там первый слог проглотил Internet. Gikunnova. Gikunnova. Guten Tag, Frau Gikunnova. Nein, der, der, der. Danke, gut, und Ihnen? Auch gut. Auch gut, okay. Katja, fragen Sie Taisia. Guten Tag, Frau Sova. Wie geht es Ihnen? Как in Multifilm. Guten Tag, Frau Sova. Danke, gut, und Ihnen? Und Ihnen? Und Ihnen? Auch gut. Auch gut, okay. Ja, Taisia fragt André. André. Guten Tag. Guten Tag, Herr, jetzt noch. Ja, jetzt hier noch. Wie geht es Ihnen? Noch einmal. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Und Ihnen? Auch gut. Okay. Und André fragt noch einmal Katerina. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Frau Gikunnova. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Okay. André, wie geht es Ihnen? Und hier Situation B. Ja? Ja? Taissia, lesen Sie? Situation B. Sie sind auf eine Partie. 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 Wurname. Man braucht nur den Vornamen. Nur the first name. Ja? Quando wir nach dem das überprüfung, es wird nur den Vornamen. Da. Oder, mit dem. Da. 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 Dann gibt es Familiennamen, ja, gut, Vorname, Familiennamen, gut. So, okay, ja, wir sind auf einer Party, wir brauchen nur den Vornamen, okay, Taisha und Miraslava, lesen Sie das. Hallo, Miraslava, wie geht's? No, nur nicht ihr, sondern wie, wie geht's! Wie geht's? Äs geht's, äs geht's, äs geht's, äs geht's, äs geht's, äs geht's, ja. Na gut, bitte schön, Andrzej fragt Raisa. Hallo, Raissa, wie geht's? Sehr gut, und dir? Es geht. Es geht, okay. Ja, Miroslava fragt Julia. Hallo, Julia, wie geht's? Sehr gut, und dir? Es geht. Okay, und Taisha fragt Katerina. Hallo, Katerina, wie geht's? Wie geht's? Es geht. Es geht. Na gut, а теперь тот, кто последний отвечал, спрашивает, кого хочет, и отвечать все могут тоже, что хотят. Ja? Es geht, Katerina. Hallo, Julia, wie geht's? Es geht, und dir? Sehr gut, danke. Na gut, okay, Julia? Hallo, Mira, wie geht's? Sehr gut, und dir? Sehr gut, auch. Auch sehr gut, okay. Aber Achtung, das ist nie, 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 äh, Hallo, äh, nie, nie, hallo, aber hallo, na? Hallo, Nathan, gut? Gut. Hallo, na, hallo. Hallo. Das ist ein, ja, äh, 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 das ist ein, hallo, äh, okay, ja, äh, Miroslava, bitte schön, кого хотите. Andrei. Hallo, Andrei, wie geht's? Danke, gut, äh, und dir? Sehr gut, danke. Sehr gut, danke. Und dir, ja, äh, ja, äh, ja, 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 ja? Okay? Давайте ещё раз. Andrei und Miroslava. Hallo, Miroslava, wie geht's? Äh, es geht, und dir? Auch gut. Auch gut, okay. Miroslava, und dir, ну, это, в общем, Und die, die, ja? Потому что, ну, так нехорошо. So, Leute, ja, Mensch, давайте, Taissia, кого хотите. Hallo, Raissa, wie geht's? Sehr gut und gut. Gut, danke. Ok, а теперь давайте все еще раз официально mit Familiennamen. Немножко, ну, давайте я все напишу. Так, Raissa у нас подписана, Taissia подписана, Андрей подписан, и у нас все, кроме Катерины, да? Катерина у нас будет Дикунова, и Юлия Клименко, да? Кравченко. Извините. Окей, ja, ну, пожалуйста, Frau Kravchenko, начинайте. Я сейчас ищу. Вот, смотрите, на экране. А, мгм. Кого угодно? Кого хотите? Никак. Да. Годен таг, Фрау Яременко, как вы думаете? Да. Год. И вне? Аухгут. Конечно. Мирослава, битежен. Раиса. Guten Tag, Frau Chomenko. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Auch gut. Auch gut. So, Raissa, bitte schön. Guten Tag, Herr Jasenow. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut. Okay. André, bitte. Guten Tag, Frau Sava. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut. Okay, und da ist ja bitte schön. Letzte Frage. Verstehen Sie? Letzte. Verstehen Sie alle letzte Frage? Последний вопрос. Genau. Letzte Frage. Можно поднять там, где фамилии, пожалуйста. Давайте, давайте. Bitte schön. Отвертый диалог. А, вы же без учебника. Все. Okay. Guten Tag, Frau Dikunow. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut. Auch gut. Na gut. Funktioniert. Ja, ein bisschen. Verstehen Sie. Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Oder wie geht es? Ja, wie geht es? Okay? Na gut. Dann zurück ins Kursbuch. Und zwar, wir machen die Aufgabe... Aufgabe 9. Wie heißt Aufgabe 9? André? Hören Sie und sprechen Sie nach. Sehr gut. Aber wie heißt Aufgabe 9? Der Titel? Ah, okay. Das Alphabet. Okay. Das deutsche Alphabet. Wir hören und sprechen. Ja? Ja. Aufgabe 10. Hallo. Guten Tag. Oje, oje, oje. Aufgabe 9a. A. Sprechen. A. 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 B. 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 C. C. D. 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 E. I. E. G G H I J K L M L L O P Q R S T U V D X Y Z Z E A Umlaut E Umlaut U Umlaut Umlaut Und diese zwei Punkte, die in Niemczech heißen, umlaut. Aber uns interessiert nicht nur die Namen der буквen, sondern die Sprache. Und wie ich gesagt habe, das war, 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 das war. Weil, das war, das war, das war das SZ. Okay, und das war ein SZ, wie ich heiße. Ein SZ, die man kennt, ja? Wir hören noch einmal, und nicht столько вслух, сколько вот про себя сравниваете, как говорите вы и как вы это слышите. Давайте. Noch ein Mal. Wir hören und nachschprechen. D E F G H E J K L M N O P Q R S T O V V W X Y Z Ä A A Umlaut Ö O Umlaut Ö Ö O Umlaut S S S S Z Und S Z So, bitteschön, Raissa, lesen Sie das Alphabet. Bitte lesen. A B C D E F G H I J K L M M Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. So, ta isso ja weiter. A Ö B P E. Просто O. Немного просто более напряженный. Если A O PDF F F F Stop, stop, stop. Так, смотрите. Очень важный звук, по аналогии с английским. Там, где у нас в английском P, C, D, T, там в немецком будет все время звук E. Скажите со мной все. E. 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 Чтобы он получился, это не E и не E. А получается он за счет растянутого рта максимально. Давайте все вместе. E. 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 И получится B. E. 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 И так дальше это будет G. И что там еще? P, T, V. И все время растягиваем рот. Вот. Таисия, давайте еще раз. O. O. P. 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 П, тяните. P. P. Отлично. P. Q. R. 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 S. S. T. 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 F. V. Все время вот этот вот звук E. V. V. X. Y. Y, Z, E, U, E, U, U, Q. Da, A umlaut, но нас больше интересует звук, не название буквы, а звук. Звук здесь будет просто такой же, как и здесь. И получается, давайте все вместе скажем, E, S, C. С, З. На, вау, и, С, З. На, вау, и, С, З. Вау, и, С, З. Да, да, сначала, а-а, б-ц, д-э, э-ф-г-х- Es ist ein bisschen ein Geräusch. Er ist nicht galt. Er wird einfach durch die Strecke der Runde. Das macht es so. E. E. Wenn du aufhörstst, wird er automatisch automatisch. E. E. Und jetzt mit B, C, D. Der Runde nicht öffnen. E. Se! E. Simm Brief! E. D. E. E. U. E. E. E N. E. 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 E� das ist das und das ist das das ist das das ist das понимаете das языk nicht unter irgendwelchen gewünschten gewünschten языk развивается от удобства und 1000 лет люди говорили на немецком und пришli zu so das 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 bedeutet o dem das 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 und besser. Das heißt, wir müssen diese Logik zu steigen, und dann wird alles gut. Ja? Ja. Wir beginnen mit. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Moment, Moment, Moment. Так. С гласными мы разобрались, да? Они более напряженные такие. E, A, O. А теперь согласные. У них есть придыхание. Много свиста и шипения, да? И поэтому это будет не просто D, а будет такой D, много B. Но потом в C будет много C, такой C, D. Если вы подставите руку, то вы должны по идее даже чувствовать вот это вот D, C, P. В P особенно очень хорошо слышно. Или, например, в K. Если мы говорим просто, например, KOLA, да? То по-немецки KOLA будет звучать как KOLA. Ja? KOLA. 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 Острое, с придыханием, да? Поэтому давайте вот так вот пробовать. Что нужно сделать, чтобы это получилось? Нужно звук разделить на согласную часть, которая будет длинная, и на гласную букву. И получится K. Много K. И потом будет A. И получится K. Попробуйте. K. 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 Ну, ребята, это интернет. Я тут так все не выставлю вам, но будем стремиться двигаться в правильном направлении. Основное это C. 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 D. 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 Много F. 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 Два. Два. Потом у нас дальше G. Тоже такой звук G. 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 И вот на K я бы обратил внимание. K. К. К. K. OK. L. Ну, так себе. M и N. Они немножко длиннее, чем у нас. Получается такое M и N. N, N, M. N, N, M. O, напряженный. O, O. Und опять P, wird noch ein bisschen. P, P. P. Ok. Und auf den Niemann похож T. 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 Ok, давайте на вот этих первых, сколько их там, 4, 4, 10, 20 букв сосредоточимся. И потом уже, ну, в принципе, принцип там дальше тот же самый. Основное мы уловили. Давайте Андрей нам всё прочитает. Андрей, lezen Sie bitte. A, B, C, D, E, F, G, F, G, H, I, J, K, L, K, L, M, N, O. Ok, sehr gut. Stop, stop, stop. Очень хорошо. Я обращу ваше внимание на звук H. Там H практически нет. Да? Там просто даже как на одном придыхании, как в слове Hamburg. Слышите? Его там почти нет. Hamburg. Я его выдыхаю, но не произношу. Hamburg. 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 You know? Ok. И получается ein Ha. Х там очень мало. Ha. No? Hallo. Вроде бы есть, но это не Hallo. Слышите? Где вот полноценный H, Hallo. А где? Hallo. Hallo. Ну, good. А в остальном очень хорошо. Андрей, особенно B, C, D, получилось. Пожалуйста, с O читает у нас Катерина. О, B, P, Q, R, S, T, U, T, U, V, W, X, Y, Z, E, Ö, U, S, Z. Perfect. Sehr gut. Und ja, Miroslava, noch einmal. A, B, C, D, I, F. Нет, это тот же самый звук, что и в B, C, D, а тут он один E. E, F, G, H, I, J, K, L, K, L, M, N. Окей, и Раиса заканчивает. О, P, P, Q, R, S, T, U. Нет, тоже E. Никакое. Никакое. Ни ты, ни ти. Т. Т, U, V, V, X, Y, Z, E, Ö, U, S, Z. Na gut. Dann machen wir folgendes. Ich schreibe ein bisschen im Chat. So, André, was ist das? Das ist B. Okay, aber auf Deutsch sagt man das ist, Moment, das ist ein B. Na gut, André, любую букву, и кого хотите, спрашивайте. Na, was ist das? Okay. Uli, was ist das? Ja, ist gut. Они одинаковые в двух языках. Das ist ein V. Und ein V. Sehr gut. Yulia, bitte schön. Как здесь писать-то? Я с телефона не понимаю. Там внизу чатик, с телефона тоже где-то там есть чатик. А, вы с телефона? Можешь нажать три точечки, чатик. Три точечки, да-да-да, есть там чат. Миро. 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 umlaut? Ne, ne, смотрите, das ist ein O umlaut, oder das ist ein Ö. O umlaut. O ist dünner Tocchkami. O umlaut. Oder proste ein Ö. Gut, okay. So, Miroslava, bitteschön. Raissa. Das ist T. Das ist ein T. Das ist ein T. E-T a-T. T. Okay, ein T. Katerina. Das ist da. Das ist da. Raissa, na, wot. Sehr gut. Das ist ein Y. Sehr gut. André, was ist das? Das ist ein Z. Ja. Okay. Raissa, was ist das? Das ist ein X. Ja, komm, noch mehr. Was ist das, Mira? Das ist J. Ein J. Ein J. Buchstabe. Miroslava. Ein Buchstabe. Zabr. Ja, ich. Ja, ich. Ja, ich. Ähm... Так, что там еще не было? Да, все, что угодно. Любую. Какую хочу. А, можно дублировать? Можно, но вообще при 24 буквах 27 можно и дублировать. Любую. Ok, ok.